Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Bonus Prediction für den sechsten Spieltag in der sechste Woche in der Jopin League of Football, Saison 2022-2022. Bonus Prediction, los geht's vor. Welches Team holt am sechsten Spieltag in der sechsten Woche die meisten Punkte? Klon Centurion. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch nicht hier nach unten ab. Gibt keine Wurz, dann nehme ich die Glocke. Die nicht vergessen, dass ihr ihnen das verpasst. Keine Benaritigung auf diesem Channel. Bis dann. Ciao. Bis dann.